Wir sind die Chronik, die Avantgarde des deutschen Journalismus. Kompletter Bullshit. Da stimmt was nicht mit dem Text von Lars. Wenn da was dran wäre, dann jetzt ein Problem. Wieso ich? Fantastisch. Okay, bitte. Nee, das ist nicht gut. Ich hoffe, Ihnen wird das ganze Jahr drin真ut aufgegeben. Danke. Dank für's euch.